Ich weise alle Redner ausdrucklich auf § 35 Absatz 3 der Geschäftsordnung hin. Sehr geehrter Herr Präsident! Werte Kolleginnen und Kollegen! Wir haben uns ein ehrgeiziges Klimaziel gesetzt. Wir wollen die Treibhausgasemissionen bis zum Jahr 2020 um 40 Prozent gegenüber 1990 reduzieren. Und dafür müssen alle Sektoren einen Beitrag leisten, auch der Verkehrssektor. Das stellt hier keiner in Frage, meine Damen und Herren. Ja, der Klimaschutzbericht 2017 zeigt, dass wir keine Punktlandung im Jahr 2020 schaffen werden. Und deshalb müssen wir erst recht den im Klimaschutzplan aufgezeigten Weg konsequent weitergehen. Für den Status quo gibt es aber auch Gründe. Wir sind aus der CO2-neutralen Kernenergie ausgestiegen, und das ist auch gut so. Die Wirtschaft ist gewachsen, was an sich auch eine sehr gute Nachricht ist. Und die Bevölkerung hat in den letzten Jahren zugenommen. Und all diese Faktoren müssen wir doch in der fairen Betrachtung auch einmal zur Kenntnis nehmen, meine Damen und Herren. Die Bundesregierung hat 2014, als sie gemerkt hat, dass die Klimaschutzlücke droht, ein Aktionsprogramm Klimaschutz aufgelegt mit über 100 Einzelmaßnahmen. Wir werden intensiv daran arbeiten, die Klimaschutzlücke so schnell wie möglich zu schließen. So steht es auch im Koalitionsvertrag. Die Strukturwandelkommission wird Maßnahmen erarbeiten, um die Lücke zum 2020-Ziel so weit wie möglich zu reduzieren. Und wir werden ein Abschlusstatum für die Kohle festlegen. Dann werden wir als Industrieland nicht nur den Ausstieg aus der Kernenergie abschließen, sondern perspektivisch auch den Ausstieg aus der Kohleenergie. Und das kann man schon mal als historisch bezeichnen. Das gilt es doch auch einmal, liebe Opposition, anzuerkennen, meine Damen und Herren. Ich betone an dieser Stelle aber auch noch einmal, dass alle Sektoren einen angemessenen Beitrag leisten müssen. Anders werden wir die Klimaziele nicht erreichen. Das gehört auch zur Wahrheit. Und ich denke hier natürlich auch an den Verkehrssektor. Und da leistet natürlich auch der Kommissionsvorschlag zu den CO2-Grenzwerten, Pkw, einen wichtigen Beitrag. Aber es gibt verschiedene Wege zu diesem Ziel. Wenn wir die Grenzwerte so stark anziehen, wie die Grünen es vorschlagen, die wirklich noch mal viel ambitionierter, viel, viel ambitionierter als der Kommissionsvorschlag sind, dann machen wir die Automobilindustrie kaputt und zigtausend Arbeitsplätze stünden auf dem Spiel. Das kann doch nicht der richtige Weg sein, meine Damen und Herren. Wir würden uns außerdem ins eigene Fleisch schneiden. Wir vergeben dadurch die Chance auf die Entwicklung von Innovationen, auf die Entwicklung von alternativen Antrieben, die wir für die Mobilität der Zukunft brauchen. Außerdem, was wollen die Grünen noch? Sie wollen die Anrechenbarkeit von emissionsarmen und emissionsfreien Fahrzeugen auf die Reduktionsziele eines Herstellers streichen. Aus meiner Sicht genau das falsche Signal, meine Damen und Herren. Wir sollten die Entwicklung von Elektroautos, von Hybriden anreizen und sie nicht noch unattraktiver machen, indem man diese Systeme, diese Öko-Innovationen und die Anrechnung dessen letztendlich streicht. Sie schütten das Kind mit dem Bade aus, mit diesem Vorschlag. Erlauben Sie eine Zwischenfrage der Kollegin Nestle? Ja, erlaube ich. Herzlichen Dank. Einiges ist nicht ganz wiedergegeben, wie wir es fordern, aber es ist auch egal. Ich glaube, wir werden uns heute Nachmittag nicht über die verschiedenen Details unterhalten, sondern ich würde gerne bei der großen Geschichte bleiben. Sie haben ja erfreulicherweise auch noch mal betont, die Klimaschutzziele gelten. 50 Millionen Tonnen müssen wir im Verkehrsbereich bis 2030 erreichen. 4 Millionen Tonnen würde der Kommissionsvorschlag machen. Das ist der einzige Vorschlag, der im Moment ein Stück eine Verantwortung der Autoindustrie nahelegt, während der ganze Rest gemacht werden muss über Verbraucher weniger Autofahren, langsamer Autofahren. Da ist sich, glaube ich, die Wissenschaft relativ einig. Auch deshalb fordert unter anderem der ADAC, also der Verbraucherschutzverband der Autofahrer, deutlich strengere Ziele als die der Kommission. Jetzt würde ich Sie gerne fragen, ob Sie dem ADAC und auch uns an dieser Stelle zustimmen, ohne jetzt über genaue Zahlen zu reden, ob es 75 Prozent sind, 40, 50, aber zu sagen, also im Moment ist weniger als 10 Prozent der Verantwortung, wie wir zum Klimaschutzziel kommen, bei der Autoindustrie, mehr als 90 Prozent beim Verbraucher. Stimmen Sie mir zu, dass das die falsche Aufteilung ist und werden Sie sich auch dafür einsetzen, dass an dieser Stelle nicht das Wort der Autoindustrie den Durchmarsch bekommt, sondern eben die Autofahrer und deren Interessen auch Gehör finden? Werte Kollegin Nestle, wir denken auch an die Arbeitsplätze, die damit in Verbindung stehen. Wir denken da in diesem Zusammenhang auch, und das wäre in meiner Rede noch gekommen, deswegen werde ich es auch noch kurz beantworten, daran, dass wir die Grenzwerte vernünftig und realistisch ausgestalten, so, ja, dass durchaus die, ich sage es jetzt mal so, Daumenschrauben angezogen werden, dass die Automobilindustrie den Weg in die Zukunft auch geht. Auch im Hinblick auf die Hybridtechnologie ist das, denke ich, sehr, sehr wichtig. Aber es bringt letztendlich auch nichts, wenn die Grenzwerte so sind, dass sie nicht erreichbar sind, dass letztendlich Strafzahlungen drohen und dass dann die Arbeitsplätze auch verloren gehen. Wir sind auch ein Industriestandort, der auch für die Entwicklung von Umweltinnovationen in diesem Bereich steht. Und es bringt uns überhaupt nichts, wenn wir das letztendlich außer Acht lassen. Frau Kollegin, erlauben Sie eine weitere Zwischenfrage des Kollegen Beutin? Nein, ich würde jetzt gerne mit meiner Rede fortfahren. Sehr gutes Recht. Ja, also, da komme ich jetzt auch drauf, wenn man das anschaut, was die AfD fordert, dass letztendlich die Grenzwerte neu festgelegt und nach unten korrigiert werden, und zwar die bestehenden Grenzwerte, dann ist das natürlich auch kein Anreiz für moderne Mobilität. Und das kann auch nicht der richtige Weg sein. Das, was die FDP fordert in ihrem Antrag, das ist meiner Ansicht nach ebenfalls nicht die richtige Richtung. Sie möchten die EU-Grenzwerte perspektivisch in Zukunft letztendlich abschaffen und nur die Einbeziehung des Verkehrs in den Emissionshandel vorschlagen. Da frage ich mich allerdings als erfahrene Europapolitikerin, die auch im Europaparlament gearbeitet hat und dort auch Mitglied war, dass, wie wollen Sie sich das, also wie stellen Sie sich das vor? Wie soll das letztendlich auch durchsetzbar sein? Der Emissionshandel, ja, der deckt im Moment die Energiewirtschaft, die energieintensive Industrie ab. Für diesen Bereich ist der Emissionshandel ein wichtiges Leitinstrument, keine Frage, Kernstück auch unserer Klimaschutzpolitik. Aber die zeitnahe Einbeziehung des Verkehrssektors auf europäischer Ebene, die man zwar andenken kann, keine Frage, die ist aber derzeit nicht durchsetzbar. Wir haben gerade eine umfassende Reform abgeschlossen. Die Reform des Emissionshandels war auch durchaus erfolgreich. Der Markt antizipiert das schon, indem sich der Preis auch weiterentwickelt und auch steigt. Aber ich war gerade jetzt auch in Straßburg, habe mit den Kollegen aus dem Europäischen Parlament gesprochen. Eine weitere Verschärfung oder Ausweitung, nachdem jetzt gerade die Reform abgeschlossen war, ist einfach nicht realistisch. Das muss man wirklich auch zur Kenntnis nehmen. Wir sprechen uns deshalb für ambitionierte, aber realistische Grenzwerte aus. Wie gesagt, man muss die Daumenschrauben so weit anziehen, dass die Automobilindustrie den Weg in die Mobilität der Zukunft geht, auch konsequent geht. Wie gesagt, im Hinblick auf die Hybridtechnologien war das in der Vergangenheit nicht in der Form der Fall, muss ich auch als Klimapolitikerin deutlich sagen. Aber die Werte dürfen auch nicht unrealistisch sein und dann im Ergebnis nicht erreichbar. Das ist für uns genau der richtige Weg. Ich bin zuversichtlich, dass sich die Bundesregierung in diese Richtung positionieren wird und sich auch in diese Richtung in die Verhandlungen in Brüssel einbringen wird. Aber ich sage auch, dafür ist es wichtig, dass sich die Bundesregierung bald positioniert. Das möchte ich an der Stelle auch sagen. Wir dürfen bei all dem eines nicht vergessen. Die Automobilindustrie ist ein Leitmarkt in Deutschland. Ohne jede Frage hat sich diese Industrie in der Vergangenheit einiges zu Schulden kommen lassen. Das auch, damit ich das auch klar angesprochen habe. Aber wir haben auch eine Verantwortung. Wir haben diese Verantwortung gegenüber dem Klima, aber auch eine Verantwortung gegenüber den vielen Beschäftigten in dieser Branche. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau Kollegin Dr. Weiske. Aber als nächstes für die AfD-Fraktion der Kollege Dr. Dirk Spanier.